... ... ... ... ... Was ist dein Problem? ... 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 Single and ready to fuck! Ich will da rumvöcklen! Ja, ich wusste nicht! Ich bin da! Ja, wo kommt die Menschenfleisch? So, Tag! Dead by Daylight wird wieder einmal gespielt, da ich es schon mal vor einigen Tagen aufgenommen habe und die Aufnahmen komplett für den Arsch sind. Josch, füge hier ein pixeliges pixeligen Moment ein. Sieht hässlich aus. Ich weiß. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es nochmal neu. Ich werde auch wieder Mayas Was machen die da? Hört auf Sachen zu machen. Und meins ist es geil. Ähm, ich werde auch wieder Mayas, Legion und Yamamura spielen. Einfach weil es lustig ist. Und ich habe Mayas so umgebaut, dass er alle killen kann. Das wird lustig. Ich bin noch ein bisschen aus Atem. Weil Beine müssen trainiert werden. Weil, warum nicht? Und ich habe diesmal jetzt nicht so lange auf eine Lobby gewartet und ich hoffe, dass dieser Mayas jetzt kein Cancer wird, weil das letzte Mal, als ich Mais gemacht habe, war einfach Cancer. Und das ist so gesehen auch die erste richtige Aufnahme mit den neuen Einstellungen. Hoffe ich auch, dass die Datei nicht 8000 Gigabyte groß wird, einfach. Und dass sie auch recht schnell vorbei ist, weil mit Yamamura habe ich eigentlich was Gutes hinbekommen. Mit der Legion habe ich was Geiles hinbekommen. Das ist eigentlich... Ach, regt mich auf, dass die Aufnahmen nicht funktioniert haben. Scheiße. Ich will jetzt erstmal ein bisschen reinkommen mit den alten Mayas. Und ein Ort, den ich kenne. Das ist gut. Als erstes versuche ich erstmal in Diabolik reinzukommen. Da ist mein Totem. Ich stalke sie zuerst, damit ich halt schnell auf Diabolik 3 komme. Die sind in der Nähe. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh ja, ich sehe mich satt an dir. Oh nein, ich habe mich gleich satt gesehen an dir. Ich brauche noch einen zweiten Charakter. Das ist nervig. Ich bin ein harmloser Mayas. Ich starre nur. Ich bin ein harmloser Mayas. Ich bin ganz, ganz harmlos. Ich bin ganz, ganz harmloser Mayas. Jetzt wird geradet. wird geradet. Du, ich gehe nicht raus aus dem Modus. Na, ich werfe dich einfach hin. Komm her. Leck mich. Nimm mich halt dich mit. Oh, da hinten ist ein Haken. Oh, der ist weit weg. Guck, da hinten ist ein frischer Haken für dich. Und sie ist ausgeblutet. Na, mir egal. Ich habe unendlich Diabolik. Ich brauche mich nicht anzustrengen. Guck mal hier. Ich habe kein Problem damit. Ich habe mich satt gesehen. Du bist mein nächstes Opfer. Ach, du bist die schon wieder. Oha, was los ist los? Ja. Jetzt bleib ich kurz stehen. Die muss sterben. Ich hab dich. Und ich seh dich. Was denn? Ja, komm, mach doch. Oh, toll. Ha! Natürlich gesehen könnte sie mich stunnen, aber ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Da hinten ist jemand. Hallo. Ich bin's. Schliitzer Meyers. Okay, mit einer Palette, ey. Gut, dass ich die Dinger schnell kaputt mache, ey. Ich stelle mir das gerade richtig großartig vor, wie Meyers einfach so hinter jemandem hinterher rennt. Ich bin's. Ich bin's. Durchgehend Abkürzungen macht, ey. Hallo. Komm mit. Ne. Ich lasse euch auch fallen. Mist, das war knapp. Geh weg. Oh, ist die nervig, ey. So. Guck mal, hier ist doch gleich ein Haken für dich. Nee. Nee, das ist nervig. Unfassbar nervig, ey. Du kommst jetzt auch mit. Warte mal, die kann ich... Oh, das nächste Mal kann ich sie umlegen. Au. Okay. Oh, bleib stehen. Mein ist sauer. Ja, war nicht so schlau. Ich hätte vielleicht durchspringen sollen. Meine Güte, ey. Oh, sind die nervig, die ganzen Leute. Vor allem, dass sie auch noch das wilde Pferdding hat, ey. Jetzt bleibt da hängen. Bleib da. Ich seh' doch die Spuren jetzt schon da oben. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Mache ich das nicht noch schnell kaputt. Die eine kann ich ja sowieso jetzt schon töten, also. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Und ich bin schneller. Oh, nice. Wo liegst du? Da liegst du. Komm mit. Ich bin mal jetzt. Ein Generator ist schon ziemlich weithörig. Den muss ich kurz mal... What? Oh, jetzt reicht's mir aber. Nervig. Nervig. Meine Güte. Bist du nicht die, die ich schon die ganze Zeit... Alter, dann schnetzel ich euch heute alle. Warte, meinst du mal die Palette kaputt machen? Komm mit. Da ist auch einer. Wie viele habe ich denn jetzt eigentlich aufgehangen? Dürfte ich die nicht schon längst killen, alle? Ah, dammit. Oh, grüzi. Was war das denn? Okay. Bleib mal liegen. Eule. Oh, sie hat wenigstens kein Dings, ey. Gott sei Dank, ey. Das sind immer die nervigsten. Und... Guck mal hier. Oh, cool. Lul. Dammit, ey. Geh weg. Du hast genug von dir. Stech dich jetzt ab mit meinem Dreischlitzschraubendreher. Aber schön, das ist super toll. Und jetzt weg mit dir. Meine Güte, stinkst du, ey. Du bist die Nächste. Garde, wo wäre ich fest? Garde, wo reif? Ich werde dich auch erst abstechen. Das kann ich nämlich ziemlich gut. Ja, weg mit dir. Abfall. Guck mal, Schraubendreher. Echt, ich justiere dich mal nach. Warte, hier, hier. Da muss ich auch nochmal. Guck mal. Tut mir leid. Ich musste dich kurz justieren. Tut mir sorry. Ich kann ja nichts dafür. Wenigstens die eine Nervensäge endlich mal weg. Ne, wobei... Oh nein, die Nervensäge ist noch da. Aber die sind in der Nähe. Ich hör dich. Wow, toll. Hat gut funktioniert. Du bist einfach als nächstes dran. Ich weiß, dass ich dich auch abstechen kann. Hast du schon Angst vor dem dunklen Mann? Hast du Angst? Hast du Angst? Meine Güte, ey, bist du nervig. Oh, schade. Ich kann nicht mehr aufheben. Okay, dann nicht. Meh. Tu nicht so anstrengend, Mädchen. Guck mal da. Da ist ein Haken. Der gut ist dir. Okay, gut. Lauf ich halt so. Ich hab irgendwie Bock, die Tür einzutreten. Hier. Grüezi. Ah, ich hab Eile bekommen. Null. Ähm. Ich frag mich, wo die letzte ist. Die Eule. Die muss ja theoretisch gesehen eigentlich ein paar Generatoren machen. Befreit. Okay, null. Das ist 100 pro die Eule. Das heißt, beide sind in der Nähe. Ja, Eule kann ich nicht killen, aber das Modi kann ich killen. Dit freut mich. Achso, ja. Ich kann nicht mehr stalken. Scheiße. Ich hör dich. hinlegen. Da denkst du, ich lebe ab von hier. Du bist jetzt erstmal als nächstes dran. Meine Güte, ey. Ja, weg mit dir. Ich möchte dich auch justieren. Einmal hier. Einmal Brustvergrößerung. Ah, findest du nicht so gut. Okay, dann mach ich kleiner. Warte. Warte hier. Hier. Ich stehe dich mal hier ein bisschen. Perfekt. So. Die andere hab ich, glaub ich, hier hinten irgendwo fallen gelassen. Hallo. Ich nehm dich mit. Wo ist der Keller? Da hinten. Geh ich nach da hinten. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Oh, scheiße. Ob ich dich in den Keller locken kann? Ich muss dich jetzt obligatorisch in den Keller umlegen. Wo bist du? Da bist du. Du weißt, dass ich... Wie läufst du? Ich glaub, da hinten ist der Keller. Komm it. Uh, perfekt. Da hinten ist wirklich der Keller. Ich weiß nicht. Nee, den festen Griff hab ich hier nicht. Schade. Der Letzten kommt im Bumskeller. Uh, das wird schöner Abend heute. Ja, 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 ja. Oh, das wird wohl nicht schwer. Ey! Als ob! Was soll der Scheiß? Bleib hier! Bleib hier, hab ich gesagt! Meine Güte, ey. Thomas. Thomas, komm mal mit. Komm mal mit, Thomas. Ich hab gesagt, wir gehen da rein, also gehen wir da auch rein. Das kann nicht so schwer sein. Das ist ein ganz einfacher Satz. Wir gehen hier rein, also gehen wir auch rein. So, hier. Jetzt. Jetzt geh ich. Die Landjäger müssen gekühlt werden. Kann ich nicht noch irgendwas treten? Oh, dich kann ich treten. Nein, ich will es auch treten. Perfekt. Tretzschaden ist immer wichtig. Der ist auch fertig. Geil. Eine geile Mayas-Runde, muss ich sagen. Ihr solltet schon mal. Alt F hier, Josh. Okay. Ich gehe. Ah. Ja, Mama, 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 weh. Ah. Ah. Du bist nachher einfach Hacke dunk, äh, Hacke voll. Josh, ein ganz, ganz schrecklich verzerrtes. He-he, 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 he-he! Ja, weisst du wie lustig? ... ner Brichst in die Nase! Ich hab nur die Harten gekommen. Ist so! Ist so! Hä? Hä? Junge! 8. 7. 12. 11. 12. 13. But I can't be able to be素直 I believe I can be able to find out what I can You're going to watch more Milos Horde, is that so? Let's consult the balance of truth. Stop it, now! Sprachen lernen, bubble. Oh, Yugi mitai. Das nächste Mal bei Milos Horde, Halloween Dinge. Da ist Harald, da ist Harald, da ist Harald.